Grüß Gott! Ich will ein Aufgebrauch-Video machen und meine Douglas-Düte ist diesmal so voll worden. Das ist echt heftig, oder? Also, dem Monat März habe ich wirklich, wirklich viel leer gemacht und ich bin wirklich, wirklich stolz auf mich. Ich habe auch so viele kleine Sachen benutzt und ich glaube, ich werde das aber vorher ausräumen, weil ich nicht so viel mit dem Sackerl rumrascheln will. Dieses Mal ist es wirklich viel. Ich habe jetzt ein bisschen was rausgeräumt. Ich werde euch mal die Sachen zeigen und dann mache ich das nach der Reihe und muss halt mehr schneiden, weil das ist so viel, dass es echt unmöglich ist. So, ich habe ein paar Sachen in der Hand, die zeige ich euch mal zuerst. Ich habe Badeperlen aufgebraucht von Balea. Ihr wisst, ich liebe, die ich gebe, aber meistens immer noch so einen Badezusatz mit rein. Das habe ich auch leer gemacht von Tetisept. Gebe ich immer noch manchmal, nicht immer, gebe ich sowas dazu. Nicht immer, wirklich nicht immer. Ich weiß, ich klinge verschwenderisch, aber das ist ein Aufgebrauch-Video, Leute. Ich glaube, das muss ich nicht mehr dazu sagen oder ich will das gar nicht mehr dazu sagen, aber so wie mit Mülltrennen ist ja logisch, dass ich Plastik und das Ganze raushole wieder. Und ich schmeiße das alles in einen Wäschekorb, aber wenn ich dann das Video fertig habe, nehme ich mir die Sachen und tue das alles aussortieren. Also, das muss ich nicht unbedingt sagen, oder? Das ist doch selbstverständlich. Und dass ich so viel leer mache, ist ja als YouTuber eigentlich, ja, relativ. Bei der Menge, was ich zu Hause habe, überhaupt. Wollte ich nur mal kurz sagen, bevor da wieder irgendwer Deppert redet. Aber ich habe sehr viel leer gemacht. Also, Badezusätze, den finde ich wirklich gut. Ich glaube aber, den gibt es immer mehr. Aber egal, von Balea gibt es eh immer laufend neue, also ist das jetzt nicht so schlimm. Dann habe ich eben, wie gesagt, manchmal benutze ich das noch zusätzlich, aber mit dem bin ich wirklich lange auskommen. Das war von Tetisept Pflegeschaumbad. Sieht so aus. War richtig gut. Ich glaube, das gibt es eh noch aktuell. Ich will jetzt dran rechnen, aber ich habe keine Ahnung. Das war wirklich gut. Würde ich mir von Tetisept wieder kaufen, wenn aber das in Aktion ist oder so. Dann habe ich gemütliche Kuschelstunde. Das glaube ich war nicht so gut. Das hat mir vom Duft her nicht so gefallen. Aber das war reduziert. Mein Gott, ich werde es überleben. Es war reduziert und ich habe es leer gemacht. Und ich weiß nicht, ob ich mir noch mehrere gekauft habe, aber ich finde es jetzt nicht so dramatisch, wenn ich mal was nicht so geil fand, wenn es eh reduziert war oder so. Das ist okay. Es war okay, aber es war auch im Winter. Vielleicht lag es an dem. Ganz unspektakulär. Ich rede auch noch groß im letzten Aufgebraucht Video, dass ich solche Wattestäbchen nicht so oft brauche. Dank meinen Augenbrauenfehl, heute sieht man es ein bisschen, glaube ich, oder? Dank meinen Augenbrauenfehl, brauche ich jetzt doch mehr von diesen Kosmetikstäbchen. Weil meistens mache ich da das zu hart, sage ich jetzt mal, und dann muss ich mit so einem Wattestäbchen noch drüber geben, weil mit dem Pinsel kriege ich das nicht hin. Ja, finde ich nicht geil. Aber habe ich leider leer gemacht. Was ihr noch kennt, die Cadea Vera Reinigungstücher habe ich auch leer gemacht. Habe ich ja in meinem Schminktisch stehen. Kaufe ich mir auch nur, wenn sie in Aktion sind für meinen Schminktisch. Ampullen habe ich leer gemacht. Ampullen. So. Zweimal verschiedene. Das war jetzt kein deutscher Satz. Einmal von Cadea Vera diese Hello Beautiful Ampullen. Das Ampullenset habe ich leer gemacht. Und dann so ein Ampullenset von einer Marke, die ich nicht kenne. Die hat mir aber die Tanja geschenkt. Ich fand die ganz okay. Aber eine war von denen drei dabei, die was mir nicht so gut gefallen hat. Ich weiß aber jetzt nicht mehr welche das war. Ist auch, glaube ich, nicht so relevant, oder? Aber die waren okay. Für das, was sie machen sollten, waren sie okay. Die Cadea Vera in dem Set fand ich auch okay. Die haben angenehm gerochen. Haben Gott sei Dank nicht so extrem gescheunt, wie ich sonst von manchen Ampullen von Cadea Vera kenne. Aber 3,99 ist mir ein bisschen zu teuer für das. Ich warte, bis es reduziert ist und dann werde ich mir ein paar Backups sichern davon. Ja. Aber jetzt mit 3,99 erwarte ich, bis sie reduziert sind. Ja. Duftproben habe ich auch wieder leer gemacht. Das sind sicher nicht die einzigen. Ich habe sicher noch mehr. Da waren zigtausend Duftproben habe ich diesmal leer gemacht in dem Monat. Das war echt heftig. Die zwei sind sogar komplett neue Düfte. Einmal von Black Opium, das Illicit Green. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das ist ja der mit diesem grünen. Der ist mega geil. Also die Flasche ist mega geil. Er hält nicht so lange. Das finde ich ein bisschen doof. Das selbe Problem habe ich mit dem, mit dem Lancome Lanoy Tresor mit dem neuen. Mit dem Intense. Hält bei mir auch nicht lang. Oder ich nehme ihn nicht wahr. Ich weiß es nicht. Aber die beiden würde ich mir ehrlich gesagt nicht kaufen. Weil ich habe nicht das Gefühl, dass sie lange bei mir halten. Was ich schade finde. Weil ich habe mich richtig gefreut, wie es geheißen. Es kommt der neue Lanoy Tresor raus. Aber für das, dass sie den à la Folie, glaube ich, hat der geheißen. Den habe ich sogar zweimal noch daheim. Für das, dass sie den rausgenommen haben, bin ich wirklich enttäuscht von dem neuen. Auch von dem neuen Black Opium. Bin ich auch enttäuscht. Würde ich mir beide nicht im Original kaufen, sage ich euch ganz ehrlich. So. Badezusätze und auch eine Tuchmaske habe ich noch leer. Einmal habe ich leer gemacht. Den Cinnamon Star, also Mary Cinnamon Star. Ich habe den geliebt. Ich glaube, ich habe auch noch ein paar Backups. Ich habe aber keinen Bock mehr, ehrlich gesagt, auf die Winterdüfte. Ich werde mir, ich habe nämlich heute wieder eins aufgebraucht. Habe es aber jetzt nicht euch in das Sackerl. Euch vor allem. Ich habe es jetzt nicht in das Sackerl reingeschmissen. Ich schmeiße es dann ins neue dann rein. Egal. Ich habe eh so viel. Also ja. Aber ich habe ziemlich viele von diesen Badezusätzen aufgebaut. Aber den liebe ich. Den liebe ich wirklich. Ich hoffe, der kommt nächstes Jahr wieder raus. Weil ich habe glaube ich nicht so viele Backups. Einen Minions Badezusatz habe ich auch leer gemacht. Ich finde die Minions Reihe nicht so geil irgendwie. Ich habe auch das Gefühl, dass ich da nicht alles rauskriege. Da ist noch was drinnen, wenn ihr das sehen könnt. Weil das so komisch, ähm, weiß nicht, klumpig geworden ist. Also die finde ich diesmal nicht so gut von Action. Ich weiß nicht. Ich meine für den Preis ja okay. Aber sie haut mich halt jetzt nicht um. Dann habe ich eine Balea Tuchmaske. Die Milky Kokos. Und die war uhrgeil. Also die war mega. Und die ist auch wieder im Sortiment. Habe ich gesehen auf Instagram glaube ich. Da kutscht das Oberteil die ganze drauf. Die werde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Weil die war so geil. Und ich bin verwundert, dass hier eine wieder, was limitiert war, dass sie die wieder ins Sortiment nehmen. Bin ich wirklich verwundert und ich finde die echt gut. Werde ich mir nachkaufen. Aber ich muss jetzt mal dementsprechend ein paar aufbrauchen. Ich habe wirklich noch viele. Einen Amani Duschgel habe ich auch leer gemacht. Das war auch okay, würde ich jetzt sagen. Das hat mich jetzt auch nicht so vom Hocker gerissen. Ich mag auch den Duft ehrlich gesagt nicht. Das ist von Amani Code der Duft. Kennt sie sicher? Ich mag das einfach nicht. Da war ja mal der Urhype über den Duft glaube ich. Aber es ist einfach nicht mein Ding. Ich bin froh, dass ich das Duschgel leer gemacht habe. Dass ich es auch einmal gehabt habe, fand ich gut. Dass ich es probieren konnte. Aber der Duft interessiert mich überhaupt nicht leider. Scheibenkleister. Wie fliegt alles runter? Ich schwere es euch. Alles fliegt man runter. So. Noch ein paar Masken und so habe ich leer gemacht. Ich war wirklich fleißig im März. Ich habe eine Hydrogel Maske aufgebraucht. Die Honey Glow oder Glow Honey von Cadea Vera. Die finde ich wirklich gut. Die riecht extrem gut und ich mag das Hautgefühl danach. Manchmal finde ich eine Hydrogel besser als eine Tuchmaske. Obwohl ich die Tuchmasken auch mag. Aber die Hydrogel, die war wirklich gut. Und das war eine goldene. Der Stefan hat mich so komisch angeschaut. Ich bin damit im Bett gesessen. Und der Stefan war echt verwirrt und hat mich die ganze Zeit so angeschaut. Er hat gesagt, im Dunkeln hat es noch schlimmer ausgeschaut. Weil er hat gezockt. Bei dem Fernseher. Und er hat gesagt, es ist schon furchtbar als wenn ich mit dem Ding hinter ihm sitze. Er mag sowieso die Tuchmasken nicht. Er mag auch die weißen nicht. Er findet die mit dem Muster furchtbar. Und die ist auch nicht besser, hat er letztens gesagt. Aber die war richtig gut. Die habe ich erst gestern glaube ich gemacht. Die war wirklich gut. Ich fand es bei der gut, dass sie mal gepasst hat auf mein Gesicht. Weil ich habe mit den meisten Tuchmasken... Ich glaube bei irgendeiner war das. Ich habe jetzt glaube ich da gar keine mehr. Oh ja. Mit der war das zum Beispiel. Das war so eine Bubble Mask von Canavera. Mit der hatte ich das Problem, die hat nicht auf mein Gesicht gepasst. Die ist immer da so ein bisschen hängen blieben. Die hat auch geschäumt, was ich cool fand. Aber ich glaube ich habe sie nicht vertragen. Meine Haut hat danach so gebrannt. Und das war so abartig. Es gibt gerade aktuell wieder so eine Bubble Mask. Aber ich würde die mir nicht kaufen glaube ich. Ich glaube ich würde die mir nicht kaufen. Weil ich habe die jetzt nicht vertragen. Ich meine ich habe sie auch schon sehr lange gehabt. Aber ich glaube das hat jetzt mit dem nicht so viel zu tun. Aber die hat wirklich gebrannt auf der Haut. Fand ich schade. Weil diesen schäumenden Effekt fand ich cool. Vielleicht überlege ich mal, ob ich mal die neue kaufe. Weil vielleicht waren die ja nicht gleich. Das Problem bei der auch war... Die hat so furchtbar extrem nach... Irgendwie was künstlichen gerochen. Also die war nicht so gut. Die fand ich wie gesagt sehr gut. Hat aufs ganze Gesicht gepasst. Ich habe sie dann, weil ich gemerkt habe, dass sie schon ein bisschen trocken wird. Habe ich es umgedreht. Und habe es nochmal benutzt. Also am selben Tag natürlich. Und die war wirklich gut. Die habe ich glaube ich von der Biti mal zum Geburtstag oder so gekriegt. Die war echt echt gut. Die war wirklich gut. Habe ich schon gesagt. So. Noch eine Ampulle. Noch eine Ampulle. Zwei Ampullen habe ich wieder leer gemacht. Von Cadella Vera. Einmal die Nacht und einmal die Chilo. Die mit Hampf. Darf man ja angeblich nicht sagen. Die mit dem grünen Grat. Finde ich beide gut. Finde ich wirklich beide gut. Bei der ist so. Bin ich ein bisschen zwiegespalten. Weil sie nach Lavendel riecht. Aber sie ist trotzdem gut. Ich muss sie halt nur nicht immer haben. Ja. Cadella Vera. Das kennt ihr ja eh schon. Wie oft wird mir das heute noch passieren? Furchtbar. Dann habe ich. Das ist meine neue Lieblingswort. Dann habe ich einen Dressel Dracly Moon Badezusatz aufgebracht. Auch die Verpackung ist ja mega süß von dem. Ich habe das glaube ich von der Piti auch einmal zu Weihnachten bekommen. Und ich müsste das noch einmal haben. Ich bilde mir ein. Ich habe das noch einmal. Das ist nämlich sowas von genial. Sowas von genial. Es hat so mega gerochen in der Badewanne. Auch der Stefan hat das gesagt, wie er ins Badezimmer gekommen ist. Dass das so genial riecht. Und der Schaum war auch cool. Und es hat auch ein wunderschönes rosenes Bad gemacht. Fand ich mega gut. Gibt es aber glaube ich so nicht zum kaufen. Den gab es nur im Set. Ich gebe es gleich auf. Ich zeige euch die Proben. Die machen mich kirre hier. So. Ich habe zwei Narciso Rodriguez Duftproben aufgebracht. Und irgendwo muss dann noch eine größere Größe von denen sein. Aber das zeige ich euch dann. Einmal den ganz klassischen Vorhör. Das war glaube ich das Eau de Parfum. Genau. Und einmal das Masque Noir Eau de Parfum. Der ist geil. Den finde ich nur okay. Würde ich mir jetzt nicht nachkaufen. Aber den. Den fand ich richtig gut. Den fand ich wirklich gut. Aber ich habe so viel Zeug. Deswegen mit nachkaufen so mei. Was ich mir aber angefangen habe zu bunkern. Ich habe es euch noch nicht in einem Haul gezeigt. Müsste ich noch. Es gibt ja bei Müller jetzt aktuell so eine Masken Limited Edition. So einen Aufsteller. Ich habe ihn auch auf Instagram gepostet. In meiner Story. Und das war ein Produkt davon. Das ist eine Kokos Lippen Maske. Und die war sowas von geil. Die war sowas von geil. Ich bin dabei gerade sie mir zu bunkern. Und jetzt habe ich noch einen Aufsteller mit den Masken bestellt in der Arbeit. Weil die gehen doch gut bei uns. Ja. Also ich finde die genial. Ich finde die wirklich genial. Ich habe mich so in die Maske verliebt. Und ich bin traurig. Ich muss die bunkern für mein restliches Leben. Weil die ist sowas von geil. Abgesehen von der mega geilen Verpackung ist die Maske einfach mega 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 geil. Ich weiß viele mögen ja diese Lippen Masken nicht. Aber ich fand die gut. Die hat ein bisschen Probleme gehabt beim Halten dran auf der Lippe. Aber meine Munddeckner sind dadurch weg. Ich habe die ganze Zeit so Salben probiert und sonst irgendwas. Und der ganze Scheiß hat nicht geholfen. Ich habe die Salben jetzt weggelassen. Und habe nur einmal die benutzt. Und das ist viel besser geworden. Furchtbar. Dass das nicht funktioniert mit der Salbe. Dann habe ich eine Primark Maske leer. Und das war diese Blueberry Bubble Mask. Ich habe die beim ersten Mal benutzen. Habe ich mich echt in die verliebt. Habe ich euch glaube ich immer erzählt in einem Aufgebraucht Video. Aber jetzt beim zweiten Mal. Ich finde den Duft da war ein bisschen komischer. Und die hat bei mir ein bisschen in den Augen gebrannt. Auch die Tuchmaske die ich euch vorher gezeigt habe. Die hat auch bei mir in den Augen gebrannt ein bisschen. Und bei der war sie dann auch so. Aber ich mag diesen Effekt davon so gerne. Aber ich glaube ich würde die mir jetzt nicht nochmal nachkaufen. Da gibt es andere die viel besser sind. Dann habe ich die Cadillera Reinigungstücher leer gemacht. Die finde ich gut. Die sind wieder mit diesem Kraut. Die finde ich echt gut. Würde ich mir auch nachkaufen. Habe ich glaube ich eh auch. So. Von Balea habe ich auch Hydrogel Augenpads aufgebracht. Die habe ich mir erst vor kurzem noch gekauft. Ups. Habe ich sogar glaube ich noch ein paar Backups. Die waren auch okay. Die waren auch okay. Das sind halt eher so Winter Limited Edition glaube ich gewesen. Aber die waren okay. Habe ich glaube ich sogar noch welche. Dann. Ich bin halbwert ausgetickt. Ich schaue meistens im Onlineshop bei mir in der Arbeit. Wenn ich in der Arbeit bin gucke ich im Onlineshop bei Cadillera, ob es neue Sachen gibt. Weil manchmal kriegen wir die neuen Sachen nicht. Deswegen bestelle ich sie dann extra rein. Und ich habe in den Onlineshop geschaut und da gab es diese Maske. Und Entschuldigung, aber die schreit ja nach mir. Die Pitti, die Kollegin von mir, die hat auch welche rein bestellt. Weil sie die Maske gesehen hat bei den Neuheiten und sofort an mich gedacht hat. Und ich habe mich verliebt in die Maske. Ich habe mich verliebt. Und ich musste mir bunkern des Todes. Die riecht so geil. Die riecht wirklich so geil. Ich habe die sogar länger drauf lassen. Normalerweise lasse ich die Crememasken gar nicht so lange oben. Aber weil die so geil gerochen hat, habe ich die wirklich lange auf meinem Gesicht gehabt. Ich zeige euch nochmal die Verpackung. Muss ich dazu noch irgendwas sagen. Das ist die schönste Verpackung von einer Maske überhaupt. Also bis jetzt ist das die schönste Verpackung. Ich gebe das jetzt weg und drehe das nicht mehr davon. Aber ihr werdet sie in einem Haulvideo noch sehen. Ich glaube ich werde mal wieder ein Haulvideo drehen. Muss ich die ganzen Sachen nur zusammensuchen dann. Das wird dann witzig. Körperpflege habe ich auch sehr viel aufgebraucht. Ich habe einmal von Dermacol mein Macadamia Trüffelduschgel leer gemacht. Und ich habe das geliebt. Ich habe das wirklich geliebt. Das hat mir ja mal die Vivi geschenkt. Und ich komme ja an die Sachen leider nicht ran. Und online bestellen ist ja nicht so mein Ding. Aber es ist ja jetzt der Winter vorbei. Und vielleicht kriege ich genug Duschgel leer. Und vielleicht schaffe ich es mal wieder nach Tschechien, dass ich mir das mal nachkaufen kann. Weil das ist echt ein geiles Duschgel. Ich liebe das. Das ist das beste Duschgel überhaupt. Von Balea habe ich auch einen Duschschaum leer gemacht. Den fand ich nur so meh. Den habe ich nämlich damals um 1€ reduziert gekauft. Ich fand den okay. Aber ich habe den mal urgeliebt glaube ich. Kann ich mich zumindest erinnern. Aber ich fand den nicht mehr so gut irgendwie. Ich weiß nicht. Ich glaube die Duschschäume gibt es auch gar nicht mehr oder? Gibt es von Balea noch Duschschäume? Da sieht man wie oft ich zum DM komme. Hm. Hm. Bin aber auch nicht mehr so der Duschschaum Fan. Früher schon. Aber es hat sich auch gelegt. Dann habe ich was leer gemacht. Und auf das bin ich so so stolz. Das habe ich so lange in meiner Sammlung gehabt. Und ich habe mich endlich erbarmt das leer zu machen. Ich habe von Yves Rocher diese Apple Delight Serie aufgebraucht. Da war einmal das Duschgehen und einmal die Bodycreme. Und ich bin so stolz auf mich, dass ich das leer gemacht habe. Ich meine da ist noch so ein bisschen so ein Rest drin. Aber es war immer so mühsam das leer zu kriegen. Weil die war so extrem flüssig. Hat mega geil gerochen. Mega geil gerochen. Aber war extrem flüssig. Und hat nicht wirklich gepflegt. Also ich finde der Pflegeeffekt war nicht so geil davon. Jetzt weiß ich warum ich aufgehört habe mir Yves Rocher Body Lotions zu kaufen. Weil die nicht pflegen. Vielleicht ist das eher was für den Sommer. Wenn das so ein bisschen leichter ist. Ich habe eh noch so eine Hafer glaube ich die ich noch benutzen will. Mal schauen. Die kommt nämlich ganz ganz oben auf meine Liste. Dann wenn ich die anderen Sachen die ich jetzt gerade benutze leer mache. Weil die Hafer die muss weg. Auch ich habe da noch eine Handcreme glaube ich und so. Das muss ich versuchen aufzubrauchen. Aber die Serie mochte ich gern. Ich habe sogar das Duschgel noch länger gehabt. Da habe ich die Body Lotion schon längst aufbraucht. Und hatte das Duschgel dann noch länger. Und ich fand die Serie wirklich gut. Da bin ich... Ein bisschen bin ich traurig. Man merkt, oder? Ein bisschen bin ich schon traurig, dass ich es leer gemacht habe. Weil das war wirklich gut. Ich kann nicht aufhören dran zu riechen. Das war wirklich gut. Vielleicht kratze ich da noch den Rest raus. Und benutze es. Aber jetzt riecht es komisch. Ich glaube, dass die auch schon so kurz vor dem Kippen war. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich habe sie original zu gehabt. Aber sie wäre eigentlich schon abgelaufen gewesen. Und sie hat... Manchmal hat sie nicht mehr so gerochen wie am Anfang. Ich glaube ich hau das einfach weg. sehr gut aufgebraucht. Aber ich muss schauen, dass ich meine ganzen alten Sachen, die ich noch habe. Von Yves Rocher... Yves Rocher... Ich kann nicht reden. Dass ich die leer mache. Das Duschgel hatte nichts. Das hat genauso gerochen wie am Anfang. Aber die Body Lotion habe ich schon so gemerkt. So... Neh. War nicht mehr so geil. Aber ich habe es leer. Und ich bin so stolz auf mich. Ein bisschen traurig. Weil ich den... Die Reihe mochte ich so gerne. Ich habe die zweimal rausgebracht bei Yves Rocher damals. Und... Die Reihe fand ich wirklich gut. Das ist... Wirklich viel. Wirklich viel. Ganz unspektakulär. Ich habe solche Einwegwaschlappen aufgebraucht. Zeige ich euch nur kurz. Dann... Also es ist wirklich viel diesen Monat. Ich bin so stolz auf mich. Noch einen Badezusatz von Kneipp. Das ist so ein Creme Bad. Nur eine Kleinigkeit. Das ist so verpackt wie ein Geschenk. Das fand ich sowas von süß. Ich habe das noch verschenkt am Wahlendienstag. Ich fand das so genial. Das war so niedlich. Ich habe mir das nämlich gekauft, weil das reduziert war. Und das war urgut. Eine Tuchmaske habe ich leer gemacht. Von der war ich ein bisschen enttäuscht. Das war die neue Cadea Vera. Die ist aber jetzt schon bei uns reduziert um einen Euro. Ja. Ich weiß nicht. Die Verpackung ist süß. Aber ich bin ein bisschen enttäuscht. Von dem Geruch her. Ich habe mir gedacht, das riecht so extrem geil nach Erdbeerkuchen oder so. Ne. Ne. Ich bin ein bisschen enttäuscht gewesen leider. Eine Lippenmaske. Also so eine Hydrogen-Lippenmaske habe ich auch noch aufgebracht. Von Action habe ich auch noch ein paar. Werde sie demnächst in ein Haul sehen. Aber ich finde die gut. Ich mag die. Also ich werde die jetzt öfter benutzen, wenn ich Munddecken habe. Oder öfter generell so Lippenmasken. Ich habe früher immer gesagt, ich hasse das. Und jetzt dadurch, dass das ein Tipp war mit den Munddecken, finde ich das echt nicht schlecht. Nose Stripes habe ich auch aufgebraucht. Die mache ich ja auch viel zu selten. Habe ich auch leer gemacht. Aber ich weiß nicht. Vielleicht bin ich nicht mehr so begeistert von denen. Ich weiß nicht. Da fehlt irgendwie was. Aber vielleicht bilde ich es mir auch ein. Ganz ganz viele Masken und Badezusätze. Einmal habe ich die Peach Nougat aufgebraucht. Ich finde halt nicht mehr diese Ruby. Eine war ganz lieb. Eine Abonnentin hat mir den Link von dm geschickt. Da muss ich jetzt mal bei dm gucken. Bei welchen die es noch gibt. Und schaue mal nach. Aber die fand ich okay. Den Badezusatz fand ich nicht so gut. Ich mag halt kein Badesalz. Und darauf sollte ich ab jetzt achten. Das Badesalz. Ihr wisst ja, ich mag das nicht, wenn ich dann auf diese komischen Steinchen da sitze. Aber es war okay. Es war okay. Dann noch ein paar Augenpads habe ich leer. Die Under Eye Augenpads von Action. Die fand ich sehr, sehr gut. Die fand ich wirklich, wirklich gut. Ja, ich habe die abgebunkert. Bis zum geht immer mehr. Weil jedes Mal, wenn ich bei einem Action war, habe ich die nicht mehr gesehen. Und deswegen habe ich mit ihr gebunkert. Also habe ich von denen Gott sei Dank genug. Ich muss halt echt mehr Augenpads noch machen. Da bin ich echt faul. Badezusatz habe ich von Terra Naturi den Me Time leer gemacht. Den fand ich leider ganz, ganz enttäuschend. Fand ich nicht gut. Hat überhaupt nicht geschäumt und der Duft hat mir gar nicht gefallen. Deswegen würde ich mir die nicht mehr kaufen. Eine Duftprobe habe ich leer. Den fand ich auch nur so semi-gut. Von Narzisse Rodriguez den Amber, glaube ich heißt der. Den Ambre. Ich finde ihn okay. Reibt sich sogar. Aber ich weiß nicht. Der haut mich jetzt nicht so um, dass ich ihn mir jetzt unbedingt kaufen würde. So wie Chador von Dior. Hatte ich auch eine Probe. Fand ich auch nicht so besonders. Weil den mir auch zu viele tragen, ganz ehrlich. Also den benutzen wirklich zu viele. So. Badekugeln habe ich auch leer gemacht. Und von denen war ich auch sehr enttäuscht. Das waren diese Pumpkin von Action. Finde ich nicht gut. Vor kurzem war ich beim Action und habe sie mir nicht mitgenommen. Weil ich die halt nicht so besonders finde. So. Ich habe eine Ampulle leer gemacht. Ihr habt sie noch nicht in einem Haul gesehen. Weil die habe ich gleich benutzt. Ich war nämlich einkaufen und habe die Sachen meistens immer gleich verwendet. Es gibt von Beeper. Das ist von uns so wie bei euch der Rossmann eigentlich. Würde ich jetzt sagen. Fast. Nicht ganz. Ist es auch einfach eine ganz normale Drogerie. Und da gibt es eben auch Ampullen. Und ich finde die gut. Ich finde die wirklich gut. Ich werde demnächst mal wieder zum Beeper gehen und mir die holen. Weil die waren echt nicht schlecht. Boah. Dann habe ich eine Tuchmaske von Sansos Hila gemacht. Die war auch nur so okay. Würde ich mir jetzt auch nicht im Original nachkaufen. Sie war okay. Aber sie hat mich nicht vom Hocker gekauft. So wie die. Die fand ich ganz furchtbar. Das waren die Hanf-Chillot-Augen-Gel-Pates von Schebens. Ich mag die gar nicht. Ich werde mir von Schebens keine mehr kaufen. Nie wieder. Mach ich nie wieder. Gefallen mir nicht. Ich finde die rutschen extrem. Auch wenn du nur irgendwo sitzt. Rutschen sie extrem runter. Und das finde ich ganz ganz schlimm. Von Cadia Vera habe ich noch zwei Masken. Einmal die Creamy Avocado. Die was ich ja sowieso liebe. Und was ich gebunkert habe. Und einmal die Rose und... Wie schon. Das grüne Ding. Ich finde die Verpackung schön von dem. Die Verpackung ist wirklich schön. Gibt es aber leider nicht mehr. Ich habe die mir damals reduziert gekauft. Und die gibt es nicht mehr. Sonst hätte ich sie mir nochmal nachgekauft. So. Bist du denn des Wahnsinns. Einmal habe ich den Schnelltrockner Spray wieder leer gemacht. Der hat aber irgendwie so eine Behinderung beim Stöpsel. Das war ganz vortrag. Behinderung. Das war sehr fies. Aber die fand ich vom Stöpsel immer runter geflogen. Also ja. Montagsprodukt glaube ich. Aber ich kaufe sie mir trotzdem immer wieder nach. So wie die Terra Naturi Zahncreme. Liebe ich auch. Habe ich Gott sei Dank noch ein paar Backups. Weil die finde ich wirklich gut. Würde ich mir immer wieder nachkaufen. So. Von Balea ein Duschbeeling habe ich leer. Das fand ich aber nicht so der Hammer. Ich habe mir aber jetzt eine neue Sorte gekauft. Ich glaube Mandel... Irgendwas mit Mandelblüte glaube ich ist das. Habe ich mir jetzt vor kurzem gekauft. Habe ich aber noch nicht benutzt. Ich habe es schon im Bad stehen. Aber ich habe es noch nicht benutzt. Ja. Ich habe nämlich keine Duschbeelings mehr. Manchmal habe ich so zwischendurch auch so gerne... Ich habe nämlich mich zusammengerissen. Und habe nicht mehr so viele Peelings gemacht. Ich habe nämlich gesehen in dem letzten Monat. Habe ich ja glaube ich zwei oder drei Leer gemacht. Da habe ich mir gedacht so... Das ist ein bisschen viel für Peeling. Deswegen habe ich ein bisschen mit dem Peeling zurückgeschraubt. Und habe zwei Leer. Ist auch viel. Aber das habe ich ja letzten Monat so oft auch benutzt. Und war schon knapp am leer werden. Deswegen ist klar, dass das dann im März leer geht. Einmal habe ich das Duschbeeling. Wie gesagt fand ich okay. Aber gibt es nicht mehr. Aber ich kaufe immer die Duschbeelings von Balea nach. Und das Terra Naturi Kokos Kaffee Peeling. Ich habe es ja im letzten Video glaube ich schon gesagt. Ich mag diese Peeling Dinger nicht. Den Duft finde ich mega geil. Aber mich stört. Ich bin es nicht mehr gewohnt, dass das Peeling so grob ist. Und dass das man runter reiben muss von der Haut. Das mag ich nicht mehr. Aber ich glaube ich habe nicht mehr so viele Backups davon. Das war ja mein absolutes Lieblings Peeling. Ich weiß nicht, ob ich noch daran erinnern könnte. Ich habe ja gejammert, dass es das nicht mehr gibt. Aber ich habe einen würdigen Ersatz gefunden. Was ja nicht so schlecht ist. Was wirklich nicht schlecht ist. Was ich auch sehr gerne benutze. Meine Nivea Indusch Lotion mit Shea Butter. Habe ich mir auch wieder nachgekauft. Benutze ich auch gerade wieder aktuell. Redet kein Schwein mehr drüber. Aber ich glaube ich habe eh schon im letzten aufgebrauchten Video erwähnt. So. Dann habe ich einmal eine Fahrseife leer gemacht. Die ging ganz, ganz schnell leer. Ich habe ein paar Backups noch. Ich habe ja noch die Orange glaube ich. Die Kokos habe ich noch mal. Und irgendeine glaube ich noch. Bin ich nicht so begeistert. Ich habe auch gesehen beim Beeper glaube ich. Gibt es Nachfüllungen. Aber da gab es das nur in so einem Duo Pack. Wo du die Seifers und dann Nachfüllungen dazu. Und beim Müller glaube ich. Gibt es nur die Limette oder wie die da heißt. Als Nachfüllung. Finde ich mega scheiße. Weil wenn das schon. Ich weiß nicht. Ich finde da ist viel zu wenig drin. Da sind 250ml drin. Ich habe sie mir nur gekauft. Weil sie in Aktion waren. Ihr kennt den Haul sicher noch. Aber ja. Wenn ich die leer habe. Werde ich mir die fixen nicht noch einmal kaufen. Ich finde die halten nicht lange was aus. Wenn wir mal ehrlich sind. Zwei kleine Brübchen habe ich auch leer gemacht. Einmal meine Reinigung von Chores. Die habe ich sogar aufgeschnitten. Das ist dieses. Diese Joghurt Linie ist das. Liebe ich. Diese Reinigung liebe ich. Ich habe aber noch ganz viele andere Sachen. Die ich vorher noch aufbrauchen will. Aber ich habe mir das ja auch schon nachgekauft. Ja. Und das was ich gar nicht benutzen will. Habe ich eh auch brav schon aussortiert. So. Glaube ich. Oder Weihnachten habe ich zumindest aussortiert. Vom Adventkalender habe ich auch was leer. Das war. Fand ich mega scheiße. Das ist vom Biotherm so ein Creme Peeling. Das heißt Live Plankton Mild Creme Peeling. Ich finde es nicht gut. Mir hat es nicht gefallen. Ich habe es auch nicht aufgeschnitten. Wie ihr sehen könnt. Weil mir hat der Peeling Effekt einfach gefehlt. Das soll so eine Art leichtes Peeling sein. Aber ich will, dass man das spürt. Dass man ein Gesicht Peeling macht. Ich brauche nicht so eine Lusche da irgendwie. Fand ich gar nicht gut. Würde ich mir niemals in groß nachkaufen. Niemals. Weil ich brauche so diesen richtigen Peeling Effekt. Und das hat es einfach nicht gemacht. Und deswegen nein. Was ich noch nicht so gut fand. Obwohl mir eine Freundin von Deutschland geschrieben hat. Sie hat dieselbe Probe. Sie hat mir geschrieben. Die kostet glaube ich 80 Euro. Diese Body Lotion. Das ist von Dr. Barbara Strum. Anti-Aging Body Cream. Sie hat okay gerochen. Sag ich jetzt einmal. Sie hat angenehm gerochen. Aber vom Pflege Effekt fand ich die jetzt nicht 80 Euro wert. Ich habe sie auch nicht aufgeschnitten. Weil ich war froh, dass ich die irgendwie leer gekriegt habe. Aber ich bin stolz über mich. Ich habe so viel Body Lotion leer. Auch wenn es nur kleine sind. Aber ich habe sie leer. Ja. Fand ich okay. Aber um 80 Euro. Never. Niemals. Dann habe ich zwei Sachen leer gemacht. Denen ich mega hinterher traue. Das kann ich mir Gott sei Dank nochmal nachkaufen. Das habe ich mir mal gekauft und euch nicht gezeigt. Von Nivea das Duschgel mit Banane. Das ist so geil. Ich vermisse das Duschgel richtig. Das ist so geil. Und ich liebe die Farbkombi mit Gelb und Lila. Und dann mit der Banane. Ich liebe dieses Duschgel. Ich muss mir das unbedingt wieder kaufen. Aber ich habe jetzt eh das Melone. Was ich als nächster jetzt ins Badezimmer stellen werde. Vielleicht schraube ich den Deckel runter und schraube ihn da drauf. Oh, ich fuchs. Ich bin doch nicht so deppertig aus. Schau. Ich werde den runter schrauben und den drauf schrauben. Machen wir das gleich, weil ich kenn mich. Ich werde vergessen. Ja, ich bin so fucking smart. Ich bin so gescheit. Jetzt habe ich da den Deckel drauf und habe den kaputten auf das gegeben. Juhu. Ich bin so stolz auf mich. Hätte ich jetzt fast wieder vergessen. Gut, dass das Duschgel da gestanden ist. Egal. Das fand ich wirklich gut, das Duschgel. Und ich vermisse es wirklich sehr. Das ist jetzt neu. Ich glaube, das kam aber letztes Jahr schon raus. Von Nivea. Ich liebe es. Ich werde es mir auf jeden Fall nachkaufen. Dann vom Body Shop. Ich bin ja auf der Suche gewesen nach wirklich einer reichhaltigen Pflege. Weil in letzter Zeit habe ich eh voll gejammert. In jedem aufgebracht Video ist meine Haut zu trocken und juckt extrem. Jetzt schmiere ich mich schon in der Früh ein. Und am Abend dann noch einmal. Weil meine Haut extrem trocken ist. Und dann habe ich mir gedacht, okay, benutzt du mal wieder die Body Shop Sache. Und habe die Banane Reihe versucht zu aufbrauchen. Komplett leer. Komplett leer. Das Ding war, glaube ich, in der Woche leer. Das hat so geil nach Banane gerochen. Das hat so genial nach Banane gerochen. Das war aber leider eine Limited Edition. Ich benutze auch gerade jetzt aktuell das Duschgel und das Body Joghurt davon. Das habe ich nämlich auch. Und ich ärgere mich so extrem über mich selber. Ich habe mir damals nur die kleine Größe gekauft. Weil ich mir gedacht habe, okay, du hast eh noch so viele Body Lotions. Nimm nur die kleine Sachen, weil du kriegst das eh nie leer. Ja. Und jetzt ärgere ich mich extrem, dass ich die Banane Body Butter nicht in groß habe. Ärgert mich. Ärgert mich wirklich. Das werde ich mir nachkaufen, habe ich euch schon gesagt. Das kann ich mir leider nicht nachkaufen von der Banane Serie von der Body Shop, weil das gibt es nicht mehr. Aber ich habe Gott sei Dank noch das Body Joghurt. Yay. Da bin ich so happy drüber, weil das war so geil. Und ich finde das so schade, dass ich so dumm bin und aufgehört habe Body Shop zu verwenden. Warum bitte? Warum? Warum mache ich das? Ja. Also bis jetzt Body Butter von Body Shop war jetzt das einzige, was meine Haut geholfen hat. Nur ging die so schnell leer, dass ich nicht viel davon hatte. Ich habe mir jetzt noch eine Grapefruit gekauft. Ich bin ehrlich zu euch. Ich glaube, ich mache wirklich ein Haul-Video. Aber ja. Ich trauere dem hinterher und ich überlege, ob ich die Dose auswasche und irgendwas reingebe, nur damit ich länger was davon habe. Ich bin so gestört. Aber was solls. Ja. Also ich habe wirklich viel in dem Monat leer gekriegt. Wirklich, wirklich viel. Ich bin aber so stolz auf mich. Ich habe noch mehr Sachen. Ich habe ganz, ganz viele Ampullen leer gemacht. Einmal die Tag und Nacht von Cadea Vera. Die kennt sie ja eh schon auswendig. Die liebe ich aber wirklich. Also die Tag jetzt nicht so. Ich mag die Nacht mehr. Aber wenn die reduziert sind, werde ich die mir bunkern auch. Ihr kennt das schon von mir. Ich freue mich. Jetzt kann ich mir ganz viele neue aussuchen, weil ich habe die von dem Monat März jetzt alle leer. Und jetzt kann ich mir neue aussuchen. Und dann wieder eine von BIPA. Die war auch gut, aber die hat halt nicht diesen Effekt wie die von Cadea Vera leider. Diesen Lifting Effekt. Hatte die jetzt leider nicht. Aber ich fand die trotzdem gut. Die habe ich sogar... Na, das hat nur so ausgeschaut. Ich habe dann eine Vitamin auch noch. Die hat nicht so geschäumt, kann ich mich glaube ich erinnern. Ich glaube ich muss mir das hinten draufschreiben. Ich werde die mir aber nochmal kaufen, weil ich fand die von Balea wirklich nicht schlecht. Dann hat mein Freund sein Deo leer gemacht. Ich habe es ihm geklaut und habe es da reingeworfen. Ja. Das kauft... Also ich habe... Bäh... Wortkotze. Ich habe es ihm vor kurzem auch schon mal nachgekauft, weil er benutzt nur das da. Er will nur das. Sonst kein anderes. Nochmal Augenpäts, aber das sind die von Hollywood Skin. Und ich habe bis jetzt bei jedem Douglas nur noch die gelben gesehen. Und ich glaube die anderen gibt es nicht mehr. Das werde ich demnächst einmal im Douglas fragen. Ich gehe in letzter Zeit so gerne zum Douglas im Donauzentrum. Die sind nämlich wirklich lieb. Die sind wirklich lieb dort. Und da werde ich mal demnächst fragen, weil die waren nicht so schlecht. Ich liebe die eigentlich. Aber ja. Von Lush habe ich auch was leer. Ich habe einmal den Teddybären nochmal leer gemacht. Und ich weiß nicht was das war. Wenn ich es finde, zeige ich es euch. Aber einmal habe ich wieder den Teddybären leer gemacht. Und ich glaube eine Badebombe. Aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Schande über mich. Schande über mich. Noch eine Ampulle von BIPA. Die Hyaluronkur habe ich auch leer gemacht. Wie gesagt. Werde ich mir auch nochmal nachkaufen. Und dann das nächste Mal draufschreiben, was ich gut fand und was nicht. So. Da haben wir noch mehr. Von Broballen und Augenpätz und was und was. Dann habe ich den Badezusatz noch leer von Terra Naturi. Und den fand ich gut. Den fand ich gut. Der hat richtig geil gerochen. Ihr wisst ja Zitrone ist so richtig meins. Das ist ja auch noch Zitrone, Butter, Milch. Also muss ich mir das unbedingt bunkern. Sollte ich mal gucken, ob die schon reduziert sind. Habe ich noch nicht gemacht. Weil ich so viele Badezusätze vor kurzem gekauft habe, habe ich noch nicht geschaut. Der traue ich auch hinterher. Das war die White Chocolate Maske. Der traue ich wirklich hinterher. Die war wirklich gut, aber die gibt es leider nicht mehr. Aber die könnten sie auch wieder rausbringen. Ich hätte nichts dagegen. Oh! Meine Augenbrauenrasierer habe ich auch ausgemistet, weggeworfen. Je nachdem wie man sieht. Ja. Dann haben wir da noch... Aha, war Augenpads. Die habe ich verwendet. Da ärgere ich mich ein bisschen, dass ich das so gemacht habe. Ich habe die verwendet mit einer Tuchmaske drunter. Eine YouTuberin, das ist glaube ich die Shikita's Place, heißt sie. Die hat das in einem Instagram Story, die ihnen glaube ich zeigt, dass sie die Augenpads drunter hat und dann die Tuchmaske rauf. Fand ich keine schlechte Idee, habe ich mit denen gemacht. Aber ich habe sie dann noch ein bisschen länger oben lassen und die fand ich wirklich nicht schlecht. Die fand ich nicht schlecht. Aber ich finde die mir ein bisschen zu toll. Für eine Anwendung. Da kaufe ich mal lieber die von Balea oder so. Aber wenn man mal was Luxuriöses haben will, kann man die auch kaufen. Ja. Dann habe ich noch ein Badezusatz von Tressel Treckle Moon. Ich weiß nicht. Ich finde die Verpackung so mega süß von denen. Aber der hat einfach nach nichts krochen. Ich überlege, ob ich mir den jetzt noch einmal kaufe, um den nochmal zu probieren. Aber weil ich die Verpackung einfach so süß finde. Und ich liebe die Kombi mit Gelb und Lidl. Das ist so wie das Nivea Duschgel. Und die Verpackung ist sowas von herzig davon. Aber besonders fand ich ihn jetzt ehrlich gesagt nicht. Dann habe ich leer. Das war ein Teebeutel zum Reinigen. Und ich habe das geliebt. Ich hatte das ja zweimal. Von der Vivi habe ich das geschenkt bekommen. Da hinten sieht man das. Da sieht man, dass es so ein Teebeutel ist, dass man den feucht machen muss. Dann schäumt er und dann kann man sich damit das Gesicht reinigen. Ich habe den nur einmal benutzt, weil ich finde das halt nicht so toll. Aber ich ärgere mich ein bisschen, dass ich das nicht öfter benutze. Aber ich fand das so geil. Ich hoffe, ich kriege das mal wieder von der Vivi. Das war echt genial. Und die Verpackung ist auch wusschön davon. Ist zwar eine blöde Idee, weil das ja nicht gerade umweltfreundlich ist. Aber so zwischendurch finde ich das echt cool. Wirklich cool. Ich bin bald durch und ich bin so stolz auf mich. So. Dann habe ich noch kleine Sachen leer gemacht. Mein Handdesinfektionsgeben mit Meloneduft ist leider leer von Sephora. Da traue ich so hinterher. Ich habe das so geliebt. Ich habe sie der Tanja geschickt und habe sie voll gejammert. Das ist nämlich so ein gutes Handdesinfektionsgel gewesen. Jedes Mal, wenn ich das benutzt habe, jede Freundin wollte auch. Weil das so geil gerochen hat. Jetzt. Aber vielleicht hebe ich mal die Flasche auf. Um da das Desinfektionsgel reinzufüllen, das ich sowieso in Hülle und Fülle daheim habe. Vielleicht mache ich das so. Weil ich brauche Flaschen. Eine habe ich nämlich in der Arbeit in der Handtasche. Und ich brauche noch eine zweite Flasche, wo ich das befüllen kann. Weil das geht nicht. Ich habe eins jetzt in der Arbeit, was ich selber befüllen kann. Ein paar Leer habe ich auf meiner Tasche hängen. Und ja. Das könnte ich halt dann mit dem anderen befüllen. Ich habe noch Duftbröbchen leer. Einmal habe ich von Lacoste einen Duft leer gemacht. Und den liebe ich. Das ist einer meiner Lieblinge von Lacoste. Ich habe den auch noch in Original zu Hause. Will den auch bald benutzen, weil ich finde den mega gut. Der passt so auch jetzt im Frühling, finde ich, rein. Dann, das habe ich mal auf einer Schulung bekommen. Das sieht so aus. Habe ich bekommen. War so eine größere Probe, sage ich jetzt einmal. Hat so ausgeschaut. War auch zum Sprühen. Und das ist wieder der Narciso Rodriguez, der Mask Noir gewesen. Der war so geil. Also den habe ich auch lange an mir wahrgenommen. Aber das Ding ging urschnell leer. Ich habe das nur zwei Tage lang benutzt und dann war das Ding leider leer. Aber ich finde den gut. Ich finde den wirklich gut. Den überlege ich mir zum Kaufen. Der war echt gut. Aber ich muss noch warten. Zwei letzte Produkte. Dann haben wir es geschafft. Und ich bin wirklich stolz auf mich. Ich bin wirklich, wirklich stolz auf mich. Ich habe so viel leer gemacht. Und ich hoffe, dass April auch so gut läuft. Das hoffe ich wirklich. Weil das war, das war dem Monat wirklich viel Zeug, das ich leer gemacht habe. Ich habe auch noch ein paar Feuille gemacht. Da neben den ganzen Duft-Proben habe ich jetzt auch noch einen Duft leer gemacht. Weil ich habe auch jetzt gerade, den habe ich nämlich mitgenommen dann in die Arbeit. Weil ja, in der Arbeit mache ich einfach schneller was leer. Und ich habe den so geliebt. Ich habe den so geliebt. Der war so gut. Das ist von Lancome Eclat oder Toilette. Ich liebe den. Einen habe ich ja Gott sei Dank noch. Aber dann ist es vorbei. Und ich liebe diesen Duft. Ich bin so traurig, dass der leer ist. Ich habe auch schon beim Nodino geguckt. Da gibt es ihn nicht mehr. Vielleicht versuche ich den noch von in seiner Filiale zu kriegen, wenn es ihn noch gibt. Aber ich glaube, den wird es nicht mehr geben. Ich habe den so geliebt. Der war so gut. Aber ja. Einen habe ich mir ja noch irgendwo gekauft. Ich glaube SCN oder so war das. Bei einem Douglas auf der Kärntner Straße, glaube ich, war das. Habe ich den auch noch gesehen. Aber da war er mal zu teuer. Ja. Aber den traue ich wirklich hinterher. Das war so ein geiles Parfum. Also ohne Toilette eigentlich. Aber eine ohne Toilette, was wirklich lange hält. Das ist das erste ohne Toilette. Ich mag ja keine ohne Toilette. Aber das ist das erste, was wirklich lange auf der Haut hält. Und ich finde das so schade, dass sie gerade den aus dem Sortiment genommen haben. Das finde ich so bescheuert. Wirklich wahr. So. Ich habe auch ein Peeling noch aufgebracht. Noch ein Peeling. Da habt ihr schon. Also drei Peelings in einem Monat. Deswegen habe ich mich so ein bisschen jetzt Ende des Monats weniger gepielt, damit ich nicht so übertreibe. Das war aber jetzt nicht so intensiv vom Peeling Effekt. Ich habe das jetzt auch noch in groß zu Hause. Das muss ich unbedingt im Haulvideo zeigen. Es war vom Duft her war so geil. Vom Duft her war es mega. Aber es hat jetzt nicht so extrem gepielt. Weggesetzt. Das ist so typisch wirklich. Das ist sowas von typisch. Mir ist ja schon lange jetzt mal runtergeflogen. Vom Peeling Effekt war es mir ein bisschen zu lasch, muss ich sagen. Aber es rieicht urgenial. Ich habe immer das von Yves Rocher das Aprikosen Peeling. Das mag ich auch sehr gern. Aber ich habe gesehen da gibt es ein anderes und wollte halt das mal probieren. Aber ich muss sagen ich bin nicht mehr so der Yves Rocher Fan. Ich bin wirklich nicht mehr so der Yves Rocher Fan. Sie haben die Verpackungen geändert. Die sind, finde ich, schöner. Wenn man das so vergleicht mit dem alten, was ich euch vorher gezeigt habe, ist die neue Verpackung viel, viel schöner. Aber die Verpackung allein reicht halt nicht. Wenn es halt nicht so peelt wie es soll, finde ich es halt nicht so gut. Weil da steht auch reichhaltiges Peeling und ich glaube, das hat eine Peeling Stärke von zwei. Weil das finde ich cool. Da steht Intensität und da sind zwei Punkte. Weil ich habe es mir gekauft und die Verkäuferin hat mir das dann gratis dazu geschenkt. Fand ich auch lieb. Fand ich auch sehr lieb. Und ich habe es dann mir gleich in die Dusche gestellt und wollte es dann gleich verbrauchen. Ja. Ich habe es also nachgekauft, wie ihr seht. Ungewollt eigentlich. Also sie hat es mir quasi dazugeben, weil ich es eh auch gekauft habe. Finde ich aber wohl lieb, dass sie das gemacht hat. Wirklich lieb. Sie wollte mir auch ein zweites geben, aber das hat nicht funktioniert. Aber ja. Ich finde das sowieso, wenn man das so im Vergleich jetzt sieht. Süß, oder? Richtig süß. Aber ich mag das. Ich mochte auch diese Karité Serie von Yves Rocher so gerne. Müsste ich mal gucken, ob es die noch gibt. Weil die Karité Body Butter, die war gut. Die habe ich aber noch nicht mehr probiert und ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Oder ich schaue mal im Online Shop nach. Ja. Also mal schauen, wie ich das dann in großer Verwendung, Anwendung finde. Aber ich finde, das hat mir ein bisschen zu wenig Peeling Effekt. Ja. Jetzt bin ich fertig. Hätte ich mir nicht gedacht. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, ich habe ein bisschen zu schnell geredet. Aber ich habe euch halt viele Sachen gezeigt, die ich euch eh öfter zeige. Das ist ein bisschen leicht, aber da brauche ich halt nicht mehr so drauf eingehen. Aber ja. Ich bin wirklich stolz auf mich, dass ich so viel leer gemacht habe. Und vergesst nicht. Ich mache halt so viel leer, weil es auch ein Beauty-Kanal ist. Also nicht vergessen, ja. Sonst dramatisieren wir hier wieder alles. Aber ich bin wirklich stolz auf mich. Ich bin wirklich stolz auf mich. Ich habe so viele Duftproben noch zu Hause. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und es kommen halt immer welche dazu. Deswegen, ja. Bin ich froh, dass ich was leer habe. Bin ich wirklich froh. Ich habe auch auf einer Schulung jetzt vor kurzem, haben wir wieder so Fiolen bekommen. So was ihr vorher gesehen habt. Das ist von Narciso. Haben wir jetzt wieder gekriegt von Lacoste, von den zwei neuen Düften. Ja. Aber ich bin wirklich so stolz auf mich. Ich hoffe, dass ich das durchziehe mit den Durchmasken wieder durchziehe. Das war mein Dialekt. Sorry. Ich hoffe, ich ziehe es auch wieder so durch mit den Tuchmasken. Weil ich muss sagen, ich war echt brav. Und ich habe noch eine Menge zu Hause. Ich habe wirklich noch eine Menge an Tuchmasken zu Hause leider. Und Creme-Masken. Habe ich auch sehr viele. Aber es wäre ja kein Beauty-Kanal, wenn ich nicht viel hätte. Aber ich muss sagen, für die Menge, was ich zu Hause habe, bin ich so zufrieden mit dem, was ich aufgebraucht habe. Muss ich wirklich sagen. Und drei Body-Lotions. Ich meine, come on. Wer schafft das? Ja. Ich hoffe, dass April auch so gut wird. Ich bin, wie gesagt, sehr traurig über die Banane-Bony-Butter und mein Banane-Azei-Duschgel. Ja. Und über mein Lancome Eclat ohne Toilette. Da bin ich auch sehr traurig drüber. Aber sonst bin ich trotzdem stolz auf mich, dass ich was leer habe. Und vielleicht finde ich ja von Lancome ein neues. Ich habe doch einen neuen Liebling-Idioten-Vibe. Ich habe den Soleil Kristall als neuen Liebling. Bimbo. Was ist los mit mir? Egal. Ich glaube, ich beende das Video lieber. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye. 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 Untertitelung des ZDF, 2020